Yo 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 Gang, Jonas hier am Start für euch. What up? Ich hab gute Laune, ich hoffe ihr habt auch gute Laune. Ich hab richtig Bock zu recorden, weil mein Mic wieder besser funktioniert. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt gehört hat beim letzten Mal, aber auf jeden Fall ist es jetzt wieder ordentlich am Start und regelt gut. Ja und zwar, das Thema heute ist folgendes. Vielleicht haben das paar von euch gemerkt, wir sind übelst aktiv auf Instagram in letzter Zeit. Wir haben uns vorgenommen, dass wir mehrmals pro Tag posten und wir wechseln im Moment so ein bisschen die Richtung, in der die Posts so gehen. Wir haben ja am Anfang viel Memes gepostet, also so viel witzige, lustige Bilder so und wir wollen das Ganze ein bisschen hinbewegen so zu mehr Kunstbildern, so ein bisschen Art und Ästhetik so, einfach weil das Spaß macht und weil wir uns beide damit viel beschäftigen. Also wir haben beide so ein Ding für schöne Bilder, für coole Filmzitate, für solche Dinge und auch eben ein bisschen für Mode und das mag den einen oder anderen jetzt erstmal schockieren. Was? 2, 1, 2, 1! Weil wir ja uns in der Vergangenheit auch oft kritisch zu zum Beispiel Fast Fashion geäußert haben. Genau und deswegen glaube ich, dass es Sinn macht, dass wir, beziehungsweise dass ich hier einmal über unsere Meinung, unsere Einstellung zu Fashion rede, weil ich glaube, dass es relativ wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, wie man zu sowas steht. Und zwar ist das Erste, auch mit unserem Instagram, und das will ich jetzt hier im Vorhinein direkt mal sagen, ist, dass sowas immer unfassbar subjektiv ist. Das, was wir bei Instagram posten, finden wir cool, wir finden diese Bilder nice, für uns haben die eine bestimmte Ästhetik, wir können uns damit identifizieren und wir mögen halt die Art, wie das aussieht oder das Feeling, dass es vielleicht manchen Leuten gibt. Wenn wir ein Bild posten mit einem Nike-Sweater aus den 90ern, dann finden wir das vielleicht cool, aber ihr müsst es noch lange nicht cool finden. Aber ich denke, das ist euch auch allen klar. So, dass wir das schon mal vorweggenommen haben, das führt eigentlich schon direkt zum nächsten Punkt. Und zwar ist es so, dass wir immer noch und natürlich immer noch der Meinung sind, dass Fast Fashion sowas wie Primark überhaupt nicht klar geht. Es ist halt nicht okay, wenn Mode auf Gunsten von Kindern in Bangladesch entsteht, zugunsten von Bauern in Indien, die die Textilien anbauen. Also, wir sind ganz fest der Meinung, dass man darauf achten sollte, wenn man sich Kleidung zulegt. Das heißt, eben für ein T-Shirt nicht 4 Euro ausgeben, sondern vielleicht eher 15, 20 Euro ausgeben, weil das alleine schon sicherstellt, dass die Produktionsbedingungen weitaus fairer sind, dass da Standards eingehalten wurden und Leute eben nicht so aggressiv ausgebeutet werden. Das ist einfach essentiell. Also, bei Mode hin oder her, ob man sie jetzt feiert oder nicht, man sollte darauf achten, dass man eben anderen Leuten nicht damit schadet, wie man sich anzieht. So, zum anderen sind wir der Meinung, dass jeder sich anziehen sollte oder sich anziehen kann, wie er will. Also, ich denke, das ist euch auch allen klar, aber jeder kann aussehen, wie er möchte so. Und eigentlich ist es nämlich auch was ziemlich Schönes. Vielleicht kann ich da mal ein bisschen abschweifen kurz. Und zwar wissen das vielleicht einige von euch, ich habe eine Zeit lang in Südkorea gewohnt, in Seoul. Und da gibt es eine unfassbar riesige Modesszene. Zum Beispiel ein Viertel Hongdae, da hat ganz, ganz viele kleine Shops mit so Independent Labeln, weil das in Korea einfach ein Riesending ist. Also, Korean Streetwear ist ganz, ganz groß. Ich persönlich bin auch ein riesiger Fan, also super davon inspiriert. Ich bin nach dem halben Jahr auch wiedergekommen mit unfassbar viel Inspiration, weil ich persönlich mich super für Mode interessiere. Das ist wahrscheinlich da noch nie so rausgekommen früher, weil ich das ja für Verwunderung so ein bisschen gesorgt habe bei Instagram. Genau, und da ist es halt eben auch so, in Korea, was ich und in Japan ist es genauso, da gibt es eine Philosophie, dass es eben nicht einen Mainstream gibt. Es gibt nicht eine Sache, die cool ist, sondern Mode ist einfach ein Weg, um sich selbst auszudrücken. Und darum geht es ja auch im Endeffekt. Mode kann halt was richtig Schönes und was richtig Cooles sein, wenn man sich über die Art, wie man sich kleidet, ausdrückt. Einfach Mode als Selbstausdrucksmittel, als Mittel zur Selbstidentifikation, als Mittel der Expression einfach. Und insofern ist Mode ziemlich cool. Insofern kann sich jeder anziehen, wie er will. Wenn jemand Death- und Heavy-Metal-Shirts feiert, weil er die Bands feiert und ausdrücken will, dass diese Bands Teil von ihm sind, Teil von seiner Identität, dann ist das nice. Wenn jemand so wie ich koreanische Streetwear feiert und sich gerne so anzieht, dann ist das auch nice und dann hat das auch jeder zu respektieren. Und das Ding ist, dass es natürlich auch komplett okay ist, wenn man sich gar nicht mit Mode beschäftigt, wenn man überhaupt gar keine Meinung hat und quasi nur praktische Sachen anzieht, weil man eben gar keine Lust hat, sich über Mode auszudrücken. Und ein Ding, was halt viel in Deutschland auffällt und dementsprechend auch auf YouTube in Deutschland ist, dass ich zumindest oder wir haben immer den Eindruck, dass man in Deutschland schnell für seine Klamotten verurteilt wird oder dass es in Deutschland immer einen großen Mode-Mainstream gibt oder zwei, drei Richtungen vielleicht, den viele Leute folgen und diese Leute verurteilen dann eben auch Menschen, die dieser Richtung nicht folgen. So nach dem Motto, du bist nicht cool, wenn du nicht die und die Marke trägst oder Mann, das ist jetzt gerade voll gehypt, deswegen ist das voll nice. Und auch wieder damit ist es auch kein Problem, wenn ihr Hypeiest folgt und ihr feiert die gehypten Marken, dann ist das chillig. Diese Marken sind auch teilweise nicht ohne Grund gehypt. Zum Beispiel, wir finden Supreme jetzt auch cool, weil dieser Skater-New York-Vibe, so der ist natürlich cool, also keine Frage, das ist halt chillig so. So, aber eben dieses Verurteilende in Deutschland regt auf. Es ist halt total nervig und eben auch auf YouTube, wir nennen jetzt keine Namen, aber so, nur weil man Videos über Fashion macht, muss man nicht andere Leute verurteilen, die sich anders anziehen als vielleicht der Style, den man dann in seinen Videos so vorstellt. Wer da sehr nice ist, auf Englisch ist Frugal Aesthetic, der macht ziemlich lockere so How-To-Dress-Like-So-und-So-Videos und der predigt auch immer wieder, dass man sich so anziehen soll, wie man sich wohlfühlt und wie man den möchte. Ja. Es ist ein Weg, um sich selbst auszudrücken, es kann was Künstlerisches, was Cooles haben, so wie man sich über fast alle Dinge im Leben ausdrücken kann. Und so, insofern feiere ich Mode. Das finde ich geil. Das finde ich nice an Fashion, dass es eben ein Ausdrucksmittel sein kann. Und natürlich, da müssen wir jetzt nicht lügen, feiere ich es auch, wenn ich darin für mich gut aussehe, wenn ich mir selbst gefalle in den Klamotten. Das ist ja auch schön, dass daran an sich ist ja nichts Verwerfliches. Es wird dann schlecht, wenn man anfängt, andere Leute zu verurteilen oder wenn man jetzt glaubt, dass man die einzige Wahrheit gefunden hat. So wie, und ich meine, da gehen wir jetzt in ganz verschiedene Richtungen, aber so wie es egal ist, welches Geschlecht du liebst oder was für Musik du hörst. All diese Dinge sind einfach egal. Da gibt es kein richtig oder falsch. Cool ist komplett subjektiv und gesellschaftlich aus der Luft gegriffen. Es gibt kein Cool bei sowas. Gibt es einfach nicht. Es gibt nur Dinge, die du feierst und Dinge, die andere feiern. Und da muss man jeden, mit jeder seiner Meinung respektieren. Das Ganze hat dann natürlich Konsequenzen dafür, was wir hier zum Beispiel auch für Inhalte machen. Also wir jetzt bei Instagram machen ja wie gesagt jetzt mehr Inhalte, die sich um Ästhetik drehen, um vielleicht auch mal so ein paar Fashion-Sachen, um Travel-Bilder, einfach schöne Bilder. Wir wollen bei unserem Instagram schöne Bilder implementieren. Das heißt nicht, dass Memes jetzt zwangsläufig verschwinden oder andere Arten von Posts. Aber wir würden das gerne mal so ein bisschen ausprobieren einfach. So ein bisschen so eine Ästhetik und so einen Style zu vermitteln. So eine Art Lebensgefühl, wenn man so will. Und genau wie bei unseren Musik-Recommendations, ist das nicht verpflichtend oder nicht zwangsläufig cool. Es ist jetzt nicht so, wow, Jonas feiert das, wenn man sich so ein bisschen Retro-Hipster anzieht. Das ist jetzt auf jeden Fall richtig cool. Nein, so ist es halt nicht. Ich feiere das und jemand anders feiert es halt nicht. Und wir wollen niemals die Art von YouTubern sein, die euch vorschreibt, was cool ist und was nicht cool ist. Sondern wir wollen uns über diese Plattform auch einfach selber ausdrücken. Und wenn ihr das feiert und wenn ihr das chillig findet, dann finde ich das nice. Und wir können natürlich auch immer über alle Sachen diskutieren. Ganz wichtig, wir wollen auch niemals die YouTuber sein, die euch irgendwie suggerieren, dass es wichtig ist, gut auszusehen oder wie man aussieht. Das sind zwei verschiedene Dinge, sich über Mode auszudrücken. Heißt nicht zwangsläufig, dass man sich mit Mode beschäftigt, weil man den Zwang hat, gut auszusehen, weil man anderen Leuten gefallen will. Mode muss nicht zwangsläufig unglaublich oberflächlich sein. Und das ist natürlich auch das Mantra für unser Instagram und im Zweifelsfall auch für unseren YouTube-Kanal. Wir beschäftigen uns nur mit Mode als Ausdrucksmittel und nicht, weil Oberflächlichkeiten in irgendeiner Weise wichtig sind. Und ja, das ist so ein bisschen unsere Einstellung zu Mode. Also ziemlich, ziemlich geil, um sich selbst auszudrücken. Wir sind super, super fasziniert von Mode. Ich insbesondere beschäftige mich selber super, super viel mit Mode. Ich bin fasziniert. Man kann kein Experte sein in Mode. Es gibt keinen richtig oder falsch. Mode ist wie Musikgeschmack, den man öffentlich mit sich rumträgt. Und das sollte jeder, jeder einzelne Mensch respektieren. Ja, das war's mit dem Video. Lasst uns auf jeden Fall mal in den Kommentaren wissen, was ihr zu dem Ganzen denkt. Und wenn Leute jetzt neugierig geworden sind auf unser Instagram, dann checkt das natürlich auf jeden Fall auch mal ab. Und ansonsten wünsche ich euch den übergeilsten, entspanntesten Abend, den man nur haben kann. Und feiert gut. Das war's mit dem Video.